Ich dachte mir würde noch einer fehlen. Ich bin egal. Wieder einzelne großen Schaden. Aha. Oh, für'n Arsch mal wieder. Wer hätt's gedacht. Ist... Boss. Er wächter des dritten Königs. Er wächter des dritten Königsjuwel. Eins erlebt großen Schaden. Sau. Skeletto. Ist ja nur ein ekliges Skelett, ey. Das ist sogar noch... Rackiges Skelett. So, du saft wieder. Yeah. Ich bin ein Ritter von Hyroni. Ich sollte über das rote Königsjuwel wachen. Du hast gefehlt. Wieso? Höre die Ritter vielen einen Feind mit mächtigen Waffen zum Opfer. Er schickte Ritter wie Juwel in die Schattenwelt, in der alles ins Finsternis liegt. Ich bin heute failig. Der Turm der Winde verschwand und ich kratze ab. Fertig. Hey, was wird das? Nein, wir, derselben an der uns besiegt, schuf auch diesen Schattenkobolt. Ein Mann der Wüste. Es ist nicht Fati. Nein, wer könnte das nur sein? Ganendorf. Dein Schattenswinnig sollte dich dazu bringen, das Siegel Fati zu brechen. Ich frage mich, woher dieser kleine Teufel seine Macht hat. Schattenspiegel. Nun, es ist mir nicht mehr möglich, Prinzessin selber beizustellen. Wieso ist der eigentlich so groß und links so winzig? Weil er tot ist. Doch jemand muss es tun. Ja, das bringt aber auch nichts. Dann muss er auch nicht gerade groß sein. Hühner Held, ich übergebe dir das rote Königsjuwel. Scheu, ich bringe den nur Juwel. Nun besitzt du drei von ihnen. Dann fühle ich mal stark. Erlange das vierte und lasst das Himmelsgefilde wieder in sein Licht erstrahlen. Klopp. Klatsch. Und tschüss, Siegel. Bye-bye, Fati. Da freut sich der rote Link. Da freut er sich. Rotes Juwel erhalten. Du musst nur noch ein weiteres Juwel finden. Ja. Was kann ich da jetzt machen? Nix. Du kannst rumrennen. Party Kugeln. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Felder-dance. Klatsch! Und... Abschnitt 2, der Wüstentempel. Jetzt schon? Okay. Maul auf! Ach nein, nicht ihr schon wieder. Doch, die schon wieder. Nie, in der geprüft wird, nutze Geistenkörper, um den Wächter zu bewegen. Ich muss aufs Klo! Ja! Zieht! 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 Du schon wieder! Stirb! Gib mir meinen ersten 100 Forstkristaller! Ich muss aufs Klo! Mach das mal! Ich mach jede Weile mal weiter! Mach du was! Ich geh in der Zeit mal aufs Klo! Jo, bis gleich! Jo, bis gleich! Nein! Du verdammter Schattenling! Naja, 100 Forstkristaller für den Arsch! Egal! Was hab ich sie bräuchte! Hä? Eins! Zwei! 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 Ähm... Irgendwie wird mir die ganze Sache langsam unheimlich. Oh nein Wie? Oh klar Nur mit Farbcodierung Wie unfair ist das denn? Schildkröten mit Farbcodierungen Wer denkt sich sowas aus? Nintendo Ihr seid verrückt Wer denkt sich Schildkröten mit Farbcodierungen aus? Nein, die will ich nicht Du kommst gleich zum Einsatz Beets Schildkröten mit Farbcodierungen Ich find's lol Irgendwie Beets Und Boah Gebeets Wut? Ey! Gebeets Was hat's mir jetzt gebracht? Einen Scheißdreck Einen Schlüssel Oh nein, oder? Ähm Ich hab keine Ahnung warum das Ding hier mit dem Schlüssel versehen ist, aber Ach, deswegen Och nein 50er 100er Yes Gib her Ja Ich mach Beets Und ich hab Geld dafür Die sind böse, glaub ich Sind die böse? Nein, anscheinend noch nicht Die werden noch böse Ähm, korrigiere, die sind böse Ja Ich hab's aber weniger Wie Ich hab' Wie Nein, ich hab' Ich hab' Du Ich hab' Gut Ich hab' Okay, du Ich hab nur noch ein Viertel Herz. Okay, jetzt siehst du ein und ein Viertelstus. Hm. Boah, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ist ja mal Hilfe gefährlich hier. In der Tat. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass oben die Tür aufgeht, aber... Na ja, in der Tat passen ja immer die... Klar geht die Tür auf, wenn ich die Fische kaputt geballert hab. Also Jungs, Zeit zum Schießen. Oh, nett. Das gibt Geld. Na, ist sicher. Gut. Der gibt nur 100. Warum? Weil ich getroffen wurde? Wahrscheinlich. Oh nein, nicht hier. Nicht hier. Oh. Ich kann die Krücke wutscheln. Das ist unfair. Ich kann die Krise. ació. Saber! Ja. Was ist das? Hey, cool. Gib mir mal ein paar Extransteller. Pff. Hm. Hey. Klasse. Da hab ich auch schon fast. Was? Super. Nö, noch einen Tod und dann auch Kacke. Knapp. Und da haben wir es auch schon, die 2000. Und da beißt der Tempel. Und wie viel erst rum? Viertel, wenn überhaupt? Ich bin wieder zurück. Mit was zu essen sogar. Ne, WP. Nicht schlecht, lass dir schmecken. Bogen Level 2. Jawoll. Jetzt kann ich mega schnell ballern. Machst du ein Maschinengewehr ballern, hm? Aha. Ich find's lustig. Der Tempel hat grad mal angefangen. Aber ich hab schon wieder die 2000, die ich brauch. Haha. Ah, die Tür geht auf. Schön. Und da rein. Mondperler. Mondperler. Irgendwer ändert mich auf ICQ. Mal schauen. Jawoll. Aua. Da bring ich den drüber. Der Mondperler. Oder auch nicht. Warum ist da eine Mondperler drin? Ich weiß es nicht. Irgendwo hier muss ein Mondportal sein. Ein Schattenportal. Ich nehm mal an, was muss hier irgendwo sein. Das muss hier irgendwo sein. Leben gelasert. Aua. Aua. Gefunden. Ich wüsste gar nicht, dass du auch ICQ hast. Ich hab ICQ. Ich hab MSN. Ich hab Skype. Alles also auf gut Deutsch. Ich hab Schülerfahrzeit. Ich hab Facebook. Ich hab Twitter. Ich hab Gay Romeo. Gibt's hier intime Geheimnisse-Preis. Wofür brauch ich diesen scheiß... Die kreisigmerieren mich doch eh wahrscheinlich. Ähm. Wofür brauch ich jetzt diesen kleinen Schlüssel? Ich weiß es nicht. Hier unten ist wahrscheinlich irgendwo eine abgestopfte Tür. Was ich ein bisschen stutzig macht, ist der Schalter da drin. Ach, Moment. Ich überse schon wieder das... Ich überse schon wieder das Offensichtliche, wenn du mal ganz links guckst. Ah. Ah, lasert woanders hin. Ach, nee. Nicht nur mehr Schalter. Nee, nichts. Äh. Ah, mir misst nur einen. Er erwischt. Ja.